Helene Fischer und Thomas Seitel haben sich beim Skifahren in Südtirol und das Volk gemischt. Doch sonst hüllt sich das Paar in Schweigen. Einige Fans sind genervt. Update vom 14. März 2019 Nach dem Urlaub in Südtirol wurden Helene Fischer und ihr Freund Thomas Seitel nun woanders entdeckt. Wo sich das Paar aufhielt, hätten wohl die wenigsten erwartet. Update vom 11. März 2019 Viel Trubel gab es in den vergangenen Wochen um Helene Fischer 34 und Thomas Seitel 35. Bei einem Liebesurlaub wollte das Paar wohl ein bisschen abschalten. Mit einem Skiausflug in den Dolomiten sei das wohl gelungen, berichtet die Gala. Helene Fischer und Thomas Seitel Liebesurlaub ganz privat, man hat wirklich gemerkt. Der Skitag hat ihnen gut getan, sagt Christian Schatschenthaler, Marketingbeauftragter des Skigebiets 13 im Postertal dem Boulevardblatt. Morgens um 10 hätten sich Helene Fischer und Thomas Seitel Schier im Depot ausgeliehen. Um 18 Uhr sei der Skitag zu Ende gewesen. Die beiden hätten Schatschenthaler erzählt, dass sie auf mehreren Hütten gewesen seien. Ein gemeinsames Selfie habe die Schlager-Queen trotz allem abgelehnt. Sie sei privat unterwegs, soll ihre Erklärung gewesen sein. Vernachlässigt Helene Fischer ihre Fans, das Privatleben hat bei Helene Fischer aktuell oberste Priorität. In den sozialen Medien hat die 34-Jährige eine Pause eingelegt. Seit dem 13. Januar 2019 herrscht auf ihrem Instagram-Account Stille. Während einige Fans die Auszeit ihrem Idol von Herzen gönnen, reagieren andere Follower verständnislos, schon enttäuschend. Dass du so lange nichts von dir hören lässt, schreibt eine Userin unter einen Instagram-Post. Ein Fan richtet sogar einen dringenden Appell an den Schlager-Star. Liebe Helene, bitte melde dich bei uns. Wir machen uns alle große Sorgen um dich. Du meldest dich schon seit dem Januar nicht mehr. Wir vermissen dich alle so sehr. Bitte melde dich bei uns, wenigstens eine kleine Information. Bitte Helene, Sehnsucht kann schon schmerzvoll sein. Andere gehen mit der Pause von Helene Fischer lockerer um und finden solche Kommentare daneben. Sie hat Urlaub, da muss sie sich nicht ständig melden, bemerkt ein Nutzer. Helene hat offiziell eine Pause angekündigt und nur weil sie eine Person des öffentlichen Lebens ist, muss sie sich nicht für alles rechtfertigen. Ihr Privatleben geht uns rein GARNICHTS an, schreibt ein anderer. Helene Fischer und Thomas Seitel privat im Urlaub, Südtiroler erlebt unangenehme Situation Update vom 1. März 2019 Inzwischen hat auch bunte.de mit Christian Schatschenthaler vom Liftbetreiber 13 in AG gesprochen. Der berichtet von einer peinlichen Situation, er habe Helene Fischer erst gar nicht erkannt. Obwohl er Fan ihrer Musik ist, sein Büro hat Schatschenthaler direkt über dem Skiverleih in Vierschach Südtirol. Dort traf er Helene Fischer und Thomas Seitel. Ich war zufällig dort, als sich Helene und ihr Freund Schier ausgeliehen haben, dabei sei ihm zwar das Gesicht bekannt vorgekommen. Dass es sich um Helene Fischer höchstpersönlich handelte, fiel ihm aber erst später auf. Nach ihrer Rückkehr hätte er Helene Fischer und Thomas Seitel dann angesprochen. Die Schlagersängerin habe berichtet, dass sie beim Skifahren mehrfach erkannt worden sei. Zudem habe sie von ihrem Tag und vom Wetter geschwärmt, sie ist überhaupt nicht abgehoben. Ihre liebenswerte Art kam gleich rüber. Auf Schatschenthaler wirkte es, als würde man sich schon lange kennen und auch Thomas Seitel habe sich am Gespräch beteiligt. Der Skilift-Mitarbeiter wird wohl noch lange von dem Treffen schwärmen. Helene Fischer zeigt sich im Liebesurlaub mit Freund Thomas Seitel Update vom 28. Februar 2019 Sie genießen ihre gemeinsame Zeit. Helene Fischer lässt es derzeit beruflich etwas ruhiger angehen. Und wenn Thomas Seitel nicht gerade eine Brille über den Laufsteg spazieren trägt, ist er derzeit auch nicht allzu aktiv in der Öffentlichkeit. So können beide viele gemeinsame Momente als Pärchen erleben. Kürzlich wurden sie in München gesichtet. Und jetzt waren sie offenbar gemeinsam beim Skifahren. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung. Noch am Mittwoch sei sie im Skigebiet Helm im Pustertal in Südtirol unterwegs gewesen, heißt es Christian Schatschenthaler, Mitarbeiter des Liftbetreibers 13 in AG, hat sie wohl persönlich gesehen. Helene Fischer hat mit ihrem Freund Thomas Seitel den ganzen Tag auf der Piste verbracht. Wir haben sie erkannt und angesprochen. Sie ist begeistert vom Panorama und den Pisten, so Tschatschenthaler. Fischer und Seitel konnten wohl relativ unbehelligt die weiße Wonne genießen. Sie wurde zwar in den Skihütten erkannt, aber nicht bedrängt. Das wusste sie sehr zu schätzen, auch in Südtirol ist Helene Fischer ja ein großer Star. Dass sie dort völlig in Ruhe gelassen wird, ist durchaus überraschend. Es ist ihr aber auch zu gönnen. Helene Fischer schlendert mit Freund durch München unser Artikel vom 20. Februar 2019 München Lange war es still um Helene Fischer, die sich seit ihrem Auftritt bei Schlager Champions und dem emotionalen Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Die Schlagerkönigin scheint ihre Ankündigung wahrzumachen, sich nach der Megatour und dem Trennungsdrama ein wenig Zeit für sich zu nehmen. Zeit für sich und ihren neuen Freund Thomas Seitel, mit dem sich die Sängerin bislang nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Bis jetzt, am Tag vor dem Valentinstag, wurden die beiden in der Münchner Innenstadt gesichtet. Nach einem Bericht der Bunden machten die beiden dabei keinen Hehl aus ihrer Liebe. Helene Fischer und Thomas Seitel besuchen verschiedene Geschäfte. Helene Fischer und Thomas Seitel gönnten sich demnach einen entspannten Bummeltag in München. Am Nachmittag ging es in einige Geschäfte rund um die Oper. Am Abend gab es dann noch ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant. Bei ihrem Pärchentag in der Stadt zeigten Helene Fischer und Thomas Seitel dem Bericht nach, wie verliebt sie sind. Sie legen stets den Arm um die Taille des anderen und laufen so eng umschlungen durch die bayerische Landeshauptstadt. Video-Druhbriefe für Thomas Seitel Thomas Seitel hält mit Helene Fischer bei einem Juwelier an einen kurzen Stopp, macht das frisch verliebte Paar auch vor einem Juwelier, berichtet die Bunte weiter. Und auch vor diesem Schaufenster lassen sich Helene Fischer und Thomas Seitel nicht los. Nach dem Restaurantbesuch am Abend sollen die beiden Verliebten dann gemeinsam im Auto die Münchner Innenstadt verlassen haben. Es war tatsächlich der erste gemeinsame Auftritt von Helene Fischer und Thomas Seitel nach der Trennung der Sängerin von Florian Silbereisen. Vor allem, dass die Schlagerkönigin sich seit Anfang Januar gar nicht mehr bei ihren Fans gemeldet hatte, hatten ihr einige ihrer Anhänger übel genommen. Und während Helene und Thomas Seitel die gemeinsame Zeit genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017